Hallo und herzlich Willkommen zum Empowered Life Podcast, dein Podcast für ein freies, echtes und kraftvolles Leben. Ich bin Heike Dittmers Mindset und Empowerment Coach. Hallo und herzlich Willkommen zurück. Ich bin zurück auf dem Urlaub aus der Sommerpause und freue mich jetzt auf neue Folgen mit euch. Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema Komfortzone verlassen. Die eine Sache, die alles verändert. Im Urlaub, ich war ja unter anderem im Urlaub in Griechenland und da ist mir nochmal so eine wichtige Erkenntnis gekommen, die unser Unterbewusstsein betrifft und die Mechanismen unseres Unterbewusstseins. Und um dieses eine Denkmuster, das uns häufig zurückhält und häufig auch davon abhält, wirklich Dinge zu verändern, neue Dinge zu tun, die Komfortzone eben zu verlassen, damit neue, also die Komfortzone müssen wir verlassen, wenn wir neue Erfahrungen machen wollen. Das ist halt die magische Wand, die uns so oft von unserer Lebendigkeit, aber auch unserem Wachstum trennt. Und genau, das weißt du ja wahrscheinlich schon, wenn du dich ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst, so hey, Komfortzone. Und du spürst es wahrscheinlich auch am eigenen Leib immer dann, wenn du etwas verändern willst, weil wir haben ja diese beiden Teile unseres Gehirns, ich sage immer den älteren Teil, den jüngeren Teil, unser Unterbewusstsein und unser Bewusstsein. Und häufig haben wir eine innere Stimme, die sagt, hey, das wäre so cool, wenn du jetzt das, in diese Richtung gehst. Und wenn dein unterbewusstes Programm nicht im Einklang mit dieser Idee ist, die dir deine Intuition schickt, dann wird es alles tun, das fühlt sich dann an wie eine Sabotage, aber es wird im Grunde genommen alles tun, um dich zu schützen, damit du bloß nichts veränderst, weil bisher hat es ja gut geklappt, du hast ja überlebt. Und was diese eine Sache ist, die alles verändert, darum wird es ja heute gehen. Und das bedeutet immer auch von diesem Schutz in den Entfaltungsmodus zu wechseln. Und deshalb ist es so kraftvoll und so transformierend, wenn wir diese Komfortzone nicht als Gewohnheitszone etablieren, sondern wirklich Wege finden, diese magische Wand, die uns von unserem Wachstum trennt, mit Leichtigkeit und Lust zu verändern, zu durchschreiten. So, und ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen aus dem Urlaub. Wir waren in Griechenland auf einer wunderschönen griechischen Insel, Zakynthos. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Aber ich habe mich sehr in die Insel verliebt. Sie ist anders, sie ist kleiner als zum Beispiel Kreta, als andere griechische Inseln. Und was mich besonders begeistert hat, war, dass es ganz viele Strände gibt, sehr viele Naturschutzgebiete und das Wasser ist halt glasklar. Und zum Apnoe-Tauchen ist es natürlich ideal. Also du hast dieses glasklare, wunderschöne Wasser, ist einfach nur mega. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ganz viele Strände erkundet, ganz viele so verschiedene Strände, auch Strände, wo du so hinwandern musstest, die ein bisschen abgelegener waren, wunderschön waren. Also wo auch das Wasser wunderschön war. Und dann gab es diesen einen Moment, wo ich auf der Karte so einen Strand entdeckt hatte. Dann meinte ich, okay, lass uns doch mal gucken. Ich habe dann keine Hinweise irgendwie gefunden, wie man da jetzt runterkommt an diesen Strand. Aber habe dann gedacht, okay, komm, lass uns mal da einfach hinfahren und gucken. Vielleicht gibt es da ja einen Weg, man weiß ja nie. Und dann sind wir da hingefahren und das war auch von oben wunderschön. Einfach so eine Küste mit, da gibt es diesen weißen Sandstein, der unfassbar schön auch aussieht. Aber eben auf der, warte mal, ich glaube, das ist die Westseite. Genau, auf der Westseite der Insel ist es relativ schroff. Das heißt, du hast immer Buchten, Felsen, Felskanten und du kommst nicht direkt an den Strand ran. Das heißt, du musst immer irgendwie runterwandern, kleine Wege wandern. Oder du musst eben von der Bootseite auskommen, also von der Wasserseite aus. Wir haben dann versucht, da runterzukommen. Und ich habe noch an Reinhold Messner gedacht, bei dem war ich ja mal beim Vortrag. Für den wäre das wahrscheinlich eine Leichtigkeit gewesen, da runterzuwandern. Aber ja, für einen normalen Menschen super gefährlich, also nicht möglich. Und weil es einfach zu steil und zu tief war und das überhaupt keine, also man hätte vielleicht klettern können oder so. Aber das ging 50 Meter runter. Gut, also wir haben uns das von oben angeguckt, keine Chance. Und dann haben wir uns ein Boot gemietet. Das wollten wir sowieso machen, weil es natürlich auch zum Tauchen super cool ist, wenn du dann an bestimmte Gegenden in bestimmte Ecken fahren kannst, wo du halt so vom Ufer aus nicht so leicht hinkommst. Und das war so spannend zu sehen, weil ich da auf diesem Weg, das Boot auszuleihen, aber auch auf dem Weg dann zu diesem Strand zu kommen, wirklich mehrmals meine Komfortzone verlassen musste, um diese neuen Erfahrungen zu machen. Und die Sache ist die, wenn wir die Komfortzone verlassen, wir haben immer zwei Stimmen. Wir haben am Anfang die innere Stimme, die sagt, oh yes, das wäre so cool, das zu machen. Und wenn es unsere Komfortzone betrifft, das heißt, wenn es uns aus unserem gewohnten Aktionsradius rausholt, dann kommt kurze Zeit später oder spätestens, wenn wir dann an die Umsetzung gehen, die andere Stimme, nämlich unsere Komfortzone oder Sicherheitsstimme, die sagt, oh Gott, no, do it, auf gar keinen Fall. Und dann kommen ja diese ganzen plausiblen Erklärungen des Verstandes. Und unser Verstand ist klug, der basiert auf dem neueren Part unseres Gehirns, dem Neokortex, das heißt, der findet supergute Argumente. Und wenn wir da nicht wachsam sind und wirklich anhalten und sagen, hey, warte mal, denn erstens, die meisten dieser Argumente kennst du schon, das wiederholt sich häufig, das sind meistens sehr ähnliche innere Stimmen, die da hochkommen. Und zweitens, die zweite Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, bringt es mich dahin, wo ich hin will? Also ist es das, was mich zu meinem Ziel bringt oder ist es das, was mich in dem Alten hält? Und zu 99 Prozent wirst du dann merken, oh my goodness, diese Stimme, die dann auftaucht, sobald ich an diese magische Wand meiner Komfortzone trete, die hat eigentlich nur einen Zweck, nämlich mich in dem Alten zu halten. Es gab, wie gesagt, viele Momente im Urlaub, wo ich damit konfrontiert war, aber einer war besonders und den will ich jetzt nochmal erzählen und auch, warum das so verändernd ist, wenn wir der inneren Stimme mehr Raum geben als der Sicherheitsstimme. Genau, also wir haben dann dieses Boot gemietet und als wir angekommen sind auf der Insel, hat unsere Vermieterin uns schon gesagt, hey, wenn ihr ein Boot mietet, dann mietet auf jeden Fall eins, mit dem ihr über einen gewissen Punkt hinauskommt. Also es gibt so einen bestimmten Punkt und da kommt man dann nicht weiter. Und sie meinte, hey, klärt das mit eurem Vermieter ab, dass ihr weiterkommt, weil sonst kommt ihr eben nicht an bestimmte Ecken und wahrscheinlich meinte sie dann eben auch genau diesen Strand, an den wir dann wollten. So, und dann haben wir mit dem Bootsvermieter gesprochen und der meinte so, ja, ihr könnt das machen, aber ab diesem einen Felsspalt, also man fährt durch so zwei auch wunderschöne Klippen durch, da wird es halt mega wellig, weil danach beginnt, also das ist Teil des Ionischen Meeres und genau an dieser Stelle geht es halt relativ nah an der Küste, abrupt auf 4000 Meter runter, das heißt, da entstehen relativ hohe Wellen. Das ist jetzt nicht gefährlich, aber man muss Boot fahren können, das kann mein Mann und ja, man muss darauf gefasst sein, dass da eben Wellen kommen. Und genau, das können, und dann haben wir das halt mit ihm abgesprochen, wie wir das machen, dass wir eben mit diesem Guards da sprechen und dann da weiterfahren. Und ich war schon so, mit dem Boot hatte ich so einige Bedenken und dann da eben über diese Küste hinaus zu fahren und wir sind dann da hingefahren und in dem Moment, als es darum ging, aus diesem gewohnten Gewässer in dieses Gebiet zu fahren, habe ich plötzlich, ging bei mir plötzlich so die Alarmglocken hoch und ich so, oh Gott, nee, lass uns das mal nicht, lass uns das mal lieber nicht machen. Und das sind eben diese Stimmen, lass uns das mal lieber nicht machen. Ach, vielleicht ist heute nicht der richtige Tag. Morgen wäre das bestimmt besser zu tun. Ja, das war vielleicht ein ganz guter Gedanke, aber vielleicht so gut ist er nicht. Hier ist doch auch ganz schön. Also weißt du, so kennst du diese Argumente, die dann im Kopf losgehen. Und dann dachte ich so, nee, ich habe doch die ganze Zeit, war ich ja diejenige, die gesagt hat, komm, lass uns an diesen, ich bin dann immer so am Recherchieren, da kommt meine innere Journalistin noch durch, komm, lass uns noch an diesen Strand, lass uns noch dahin, ich habe was entdeckt, lass uns das ausprobieren. Also ich hatte eigentlich ja den Impuls und auch die Begeisterung und die Leidenschaft dafür loszugehen. Und dann kickt halt das alte Muster rein. Und ich weiß noch, als wir dann durch diese Klippen durchgefahren sind und der Griechische, da ist so eine griechische Aufsicht gewesen, mit dem haben wir dann noch ganz nett gesprochen und der meinte so, ja, also seid ihr, are you a really good driver? Also kannst du so richtig gut Boot fahren? Und ja, Gerd meinte dann so, ja klar. Und dann meine innere Komfort zum Wand so, ist er wirklich so gut? Sollen wir es nicht lieber lassen? Kann er es wirklich? Weißt du so? Es ist so wichtig, diesen Mechanismus zu verstehen, dass es diese zwei Stimmen gibt. Und dann, ich weiß noch, als wir da durchgefahren sind und mir ist das Herz in die Hose gerutscht und die Wellen waren wirklich, du sitzt ja dann wie in so einer Nussschale, diese Megawellen, aber gefühlt, also wenn du in so einem kleinen Boot sitzt, fühlt sich das ja auch immer noch mal viel stärker an, als wenn du das jetzt so von außen siehst, da würdest du wahrscheinlich sagen, naja Gott, ein paar Wellen, so what? Aber wenn du nicht, wenn du so ein Landei bist aus dem Norden von Hamburg und nicht so viel auf dem Wasser bist, dann ist es natürlich schon eine wirkliche, ja, eine wirkliche Herausforderung. Und ich habe so gemerkt, oh Gott, ich muss atmen, es ist alles gut. Dann habe ich versucht, wirklich natürlich diesen Mechanismus auch innerlich noch mal zu rekapitulieren, dass für unser Unterbewusstsein gibt es nur zwei Möglichkeiten. Das denkt nicht differenziert, das denkt nicht logisch und nicht differenziert und das betrifft eben auch die Komfortzone. Das heißt, das Unterbewusstsein reagiert primitiv und sagt, lauf weg, geh weg, geh weg von der Gefahr, geh weg von der Gefahr, geh weg von der Gefahr. Nur wenn wir immer auf diese Stimme vom Unterbewusstsein hören, dann haben wir quasi keine Chance, uns weiterzuentwickeln. Weil es immer, das ist immer der gleiche Mechanismus und das Unterbewusstsein denkt ja, du würdest dich von der Klippe stürzen. Und das bedeutet also Todesgefahr. Und das stimmt ja nicht. Also wir haben ja alle Parameter am Außen gecheckt. Das Boot hat ein GPS, wir hatten Handys dabei, wir waren gut ausgestattet. Es war auch keine gefährliche Situation in dem Sinne. Es war eine ungewöhnliche Situation für uns. Also die logischen Parameter waren alle gegeben. Und dennoch reagiert das Unterbewusstsein einfach primitiv. Das bedeutet das limbische System, das bedeutet das Gefühl von, oh mein Gott, das ist jetzt gefährlich. Und wenn wir die Komfortzone verlassen, dann geht es darum, dass wir unserem Unterbewusstsein die Message geben, es ist keine Gefahr. Das fühlt sich vielleicht jetzt nach einer Gefahr an, aber es ist keine reelle Gefahr. Und das, was du spürst, ist zusätzliche Stärke, die dir dein Körper gibt. Weil Angst zum Beispiel mobilisiert ja deine körperlichen Kräfte. Also es macht dich stark. Du fühlst dich schwach, aber es macht dich stark. Gibt dir alles, was du brauchst. Und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, was ich dann so auf der Rückfahrt gefeiert habe. Also auf der Hinfahrt war ich so, okay, I can do it. Es ist okay. Und dann kam natürlich auch noch hinzu, dass wir am Anfang komplett allein waren da auf dieser Strecke. Und dann kreiert der Kopf natürlich dann auch noch, oh Gott, wir sind hier allein, da, 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 da. Aber das sind alles nur Gedanken, das ist keine Realität. Und dann waren wir an dem Strand. Und das war wirklich, es war so schön und so magisch. Wir sind dann auch noch in so eine Höhle getaucht. Einfach richtig, also richtig besonderer Ort auch. Und wir waren auch eine ziemlich lange Zeit alleine an dem Platz. Es sind halt auch Orte, wo du sonst dann nicht hinkommst, wenn du dich nicht überwindest. Und das betrifft halt oft diese Komfortzone. Du kommst nicht an andere Orte oder beziehungsweise du kommst an andere Orte umgedreht, sobald du diese magische Wand durchschreitest. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Auf dem Rückweg. Weißt du, als mein Unterbewusstsein schon begriffen hat, hey, du wirst es wahrscheinlich überleben. Da ist Folgendes passiert. Und das ist die Message von dieser Podcast-Folge von mir an dich. Das Unterbewusstsein kennt keine Zeit. Das bedeutet, der Moment, wenn du die Komfortzone durchschreitest, fühlt sich so an, als wenn es dann immer so bleibt. Also der Moment, als wir durch diese Klippen durchgefahren sind, in dem Moment fühlt sich das so an, oh Gott, wenn ich diese Situation nicht verlasse, dann bleibt das für immer so, dass ich diese Angst fühle zum Beispiel. Aber die Sache ist die, dass das Unterbewusstsein, wenn du dich regulierst, wenn du diese emotionale Regulation für dich meisterst, und darum geht es ja auch viel im Coaching, dass du nicht das Gewohnte machst, sondern das Neue, dass du diese Fähigkeit entwickelst, neue Entscheidungen zu treffen. Dann sagt es irgendwann so, ach so, nee, stimmt ja. Die Entscheidung, die du getroffen hast, ist ja okay. Und das geht im Grunde genommen, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, auch darum, diesen ersten Moment zu überwinden. Bob Proctor nennt das ja die Terrorzone. Weil wenn das Unterbewusstsein erst mal versteht, dass du da weitergehst und dass du das überlebst, dass dir nichts passiert, dann entspannt sich auch dein Nervensystem. Und dann fährst du zurück, als wir zurückgefahren sind. Okay, da kamen dann die Wellen auch von hinten. Aber dann war das mein neues Normal, weißt du? Und wenn ich jetzt das nächste Mal da hinfahren würde, dann wüsste ich ja schon, was kommt. Und dann habe ich also diese Komfortzone durch die neue Handlung und durch die emotionale Meisterschaft so ausgedehnt, dass ich so viel mehr Freiheit habe. Und das ist diese wichtige Erkenntnis oder diese wichtige Message, dass wenn du deine Komfortzone verlässt, und das verändert alles, der Moment, in dem du das tust, der bleibt nicht für immer, sondern das ist nur ein Moment. Und wenn du dann weitergehst, dann verändert sich deine emotionale Situation. Und das ist ein Trugschluss, den das Unterbewusstsein dir schickt. Das Unterbewusstsein schickt dir, oh Gott, das bleibt immer so, geh aus der Situation jetzt schnell raus, sonst wirst du immer in der Situation bleiben. Und das ist eine Illusion. Es geht darum, dich rauszuwagen, rauszugehen, denn wenn du nicht beginnst, diese neuen Schritte zu machen, dann bleibt das einfach immer die Wand. Dann bleibt einfach diese, dann bleiben die Gefühle die Wand, dann bleiben die Reaktionen die Wand. und dann öffnet sich etwas. Und wenn du diese Sache veränderst, das heißt, den Schritt aus der Komfortzone gehst, in dem Gewissen, dass das erste Gefühl, das dir sagt, geh nicht weiter, eine Illusion ist von deinem Unterbewusstsein, weil es denkt, oh Gott, du stürzt gerade die Klippe runter. Aber wenn du weitergehst und du hast ja gar keine Intention, die Klippe runterzuspringen, dass es dann sich auch wieder entspannt und dass diese erste Reaktion quasi eine Illusion ist und dass sich neue Wege und Freiheiten entwickeln und das eben auch aus diesem ersten Impuls, oh tu es nicht, ganz schnell dieses, oh ja, es ist genauso gut, wie meine innere Stimme mir das am Anfang gesagt hat. Und deshalb geht es immer wieder darum, diese magische Wand zu durchlaufen, zu überwinden, weil dahinter die Freiheit liegt. Dahinter liegt die Entwicklung und vor allen Dingen, wenn deine innere Stimme dir vorher den Auftrag gegeben hat, hey, tu das und du tust es nicht, dann folgst du ja nicht deiner individuellen Seelenaufgabe, sondern dann bleibst du immer wieder stehen und das ist extrem frustrierend. Also, der inner, die innere Stimme, die sagt dir, wo es lang geht, die Komfortzone und das Unterbewusstsein sagt dir im Grunde genommen nur für den Moment, hey, das ist, das ist jetzt was Neues, was du machst, das ist aus dem, was du bisher getan hast und die Einladung ist, dieses erste Gefühl als etwas wahrzunehmen, was wirklich nur für einen kurzen Moment anhält und was sich auflöst in dem Moment, wenn du weitergehst. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Ich hoffe, ihr hattet wunderschöne Ferien und ja, ich hoffe, ich habe dich inspiriert, deine Komfortzone zu durchbrechen, auch und in dem Gewissen I can handle it. Emotionen sind handelbar, Emotionen sind haltbar und das Nervensystem kreiert eine gewisse Flexibilität, wenn du dieses Emotionale, das ist wie so ein emotionales Gym, auch regelmäßig trainierst. Also, eine Herausforderung wäre, jeden Tag eine Sache zu tun, die dich aus deiner Komfortzone rausschickt. Jeden Tag einmal diesen Schritt zu machen, wo dein Körper denkt, oh nein, sie stürzt sich die Klippe runter und du sagst, ja, das fühlt sich für die nächste kurze Zeit so an, aber wenn ich weitergehe, dann verändert sich das Gefühl und dann kann ich die Früchte von dem ersten Impuls auch ernten. Und das ist das, worum es am Ende geht, nämlich dieser inneren Stimme mehr Raum, mehr Gewicht zu geben und dem inneren Vertrauen zu folgen anstatt der Angst. So, und jetzt hoffe ich, ich habe dich inspiriert. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Fünf-Sterne-Bewertung und du kannst den Podcast natürlich immer auch teilen, wenn du merkst, hey, die Folge, die wäre was für einen Freund, für einen Bekannten. Und jetzt wünsche ich dir eine inspirierende, mutige Woche, in der du deiner inneren Stimme mehr und mehr Raum und Power gibst und freue mich auf die nächste Woche im Empowered Life Podcast, Denn wenn du in deiner Kraft bist, ist die Welt in ihrer Kraft.